das ist ein speicherpunkt herrlich gott wo bin ich denn für karte mal im speichern wo bin ich denn hier ist da für mich nein da ist kein stuff drinnen komme ich doch hier hier geht es weiter alles klar wir lassen die da hinten mal unter sich da kommen wir schon wieder zu diesen komischen gerüst aber das sieht das ist stahlgerüst wer hat denn hier stahlgerüst gebaut das ist das okay auch noch mal stahlgerüst wo sind wir um gottes willen alles klar was ist das das soll wohl der eingang endlich zivilisation hat dafür ist die karte sahara die frau es hat sich aufgehangen bitte starten sie neu hallo 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 wir können hier hoch was keine ahnung gehen wir hier hoch was gibt es hier hinten oh ja ich würde gern das mitnehmen wer baut sowas und warum warum ich weiß das nicht hoch ne kann man nicht kaputt machen hab ich gedacht ist das vielleicht die station die wir auf dem videos gesehen haben hier ist ein bild oh das ist wahrscheinlich die megan ne ja hier ist noch mehr rote farbe das was muss die sein hm ich geh mal da hinten erstmal gucken oh wir können hier schneller crouchen das ist cool hier gibt es nichts ne ach so oh nee warte mal ich will noch da hinten gucken tagebuch da hinten war nämlich auch noch was also wir könnten hier auch noch längs oh siehst du wieder tabletten guck mal hier ist doch spielzeug nimm mal das mit für timmy hat hier vielleicht war timmy etwa hier timmy gibt es etwas das ich wissen muss ich glaube wir müssen ein gespräch führen ich glaube wir müssen ein gespräch führen oh wir sind in dieser fachungsstation haben sie wenigstens was zu fressen hier ne ne nur die kram hier ähm nur so aus reiner neugier ich frage für jemanden da brauchen wir alkohol ok ne ich würde gern was zu essen haben gibt es hier was zu essen oh ja oh geil was ja geil errungenschaft daily grind endlich kann ich das geld mal für was sinnvolles benutzen wie viel können wir nehmen äh wie viel können wir tragen ich glaube zehn stück mehr oh geil noch einen fetten snack automat hier errungenschaft freigeschaltet big spender ok wir können keine mehr aber ich wollte eh noch mal eben was alles klar ich kann mit Sprengstoff machen ähm wir brauchen dafür kleber alkohol münzen 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 da haben wir ja genug von und ne ua so haben wir da ist noch einer oh und noch mehr geld äh können wir noch eine machen dam dam das war's und 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 jetzt hab ich schon wieder vergessen was es war ne ua woher mich denn jetzt die ach dahinter oh gott das ist aber gut versteckt ja schön ich freue mich ich äh bin begeistert hier zu sein ich oh wir können ja eh nichts mehr tragen was zu essen das ist klar es ist aber schick hier was ist das was oh ein ein bild von dem komischen teil was wir im video gesehen haben in der kassette auf der kassette was soll uns das sagen dass es hier noch mehr geld gibt iiih was ist denn ist ja ekel nicht kaffee terrier ich würde mal sagen dass achso wir sind in der kaffee terrier aber da kommen wir nicht hin spielt er die kaffee terrier ich glaube ja ist ja cool oh endlich endlich kann man sich hier gemütlich hinsetzen das wurde aber auch zeit ich wollte das geld ich wollte das geld da das wollte ich noch mehr alkoholfaschen oh schön können wir eventuell noch ähm so ne muss auch mal wieder an der ure kommen und äh was war das noch ach ja genau schön ja komm ich schiebe die mal weg wie viel können wir davon machen so viel wie wir an uhren haben alles klar wir können nur drei stück machen ist vielleicht auch gut so wir können nicht so oh anscheinend geht es da hoch Sieht mir aber nicht wirklich sicher aus. Na gut. Auf Wiedersehen, Cafeteria. Es war schön bei dir. Ich muss jetzt weiter. Kann ich hier überhaupt einen Speicherpunkt bauen? Wäre ganz gut. Hab es überhaupt noch welche? Gibt die neben? Ich glaube nicht. Also so wie das da aussieht, glaube ich es nicht. Ich glitsche hier mal eben rüber. He he he. Jetzt hab ich mir gedacht, dass hier nichts ist. Wir sind wohl auf der Kinderstation. Oh, schön. Was gibt's da? Was ist das? Artefakt. Okay. Es scheint ein Artefakt zu sein. Das ist ein Artefakt für ein Geräusch. Ja, da würde ich auch lange weiter haben. Würde ich auch die Wand bekritzeln. Guck mal, hier ist sogar ein Schiff. Das können wir auch für Timmy mitnehmen. Hm, lecker. Ich glaube, hier war eher die... Ähm, ja. Little Kittens. Hier ist noch ein Spielzeug. Wo sind wir hier? Und kann ich hier irgendwo speichern? Oh. Da war noch jemand am Leben. Ich glaube... Oh, das ist schon krank. Oh, da ist noch eins. Das ist schon... Das ist krank, also... So. Alter. Du. Duver Arsch. Ah, da kann man von der anderen Seite rein. Das ist gut. Da will ich auch noch gucken. Das ist ja eklig. Äh. Ist ja eklig. Ist ja eklig. Was ist das? Äh. Äh. Das... Das... Äh. Ich habe Olli gehört. Olli in the house. Das ist doch die Station, wo Olli ausgebrochen ist, ne? Ich glaube, hier. Da oder da. Raum B. Raum C. Was ist das? Queepy. Was ist hier hinten? Eine Klausi. Und ich höre Olli. Jo, der ist da hinten. Den lassen wir noch da hinten. Ich will mich vorher noch an den anderen... Oh, ist das voll krank. Wow. Das ist auch super. Das muntert einen auf. Okay. Ähm. Das ist ein bisschen krank. So. Jetzt. Wir beide Olli. Du und ich. Ja. Wir beide. Du und ich. Warte mal. Kann ich eventuell die Feine bearbeiten? Aufheizende... Okay, warte. Das ist gut. Kann ich die wechseln? Ich wollte gerade sagen. Perfekt. Ne. Da. Ne. Halt. Na super. Das hat auch viel gebracht. Aber ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Die habe ich jetzt aber nicht lesen können. Ja, er hat mich gesehen. Okay, warte, warte, warte. Ich, ähm, muss mal ihn ganz schnell switchen. Okay. Oh, fuck. Er ist gut, er ist gut. Oh, ich brauche Ausdauer, ich brauche Ausdauer, ich brauche Ausdauer, ich brauche Ausdauer. Warte, warte, warte. Oh, der ist echt gut. Der ist da noch. Ist er hier vorne direkt? Oder ist er? Okay, jetzt da drüben. Ich werde mir nochmal ein Pfeil nehmen. Und hoffen, dass er jetzt hier um die Ecke ist. Nice. So. Mal eben schnell umswitchen. Oh. Ich habe wohl schon viel Damage gemacht. Alles klar. Ja, warum nicht? Das muss schon mumifiziert sein. Definitiv. Das ist Raum E. Hm. Was ist das da hinten? Äh, da gehe ich gleich gucken. Was ist das da hinten? Was ist das da hinten?